Andreas Altpeter, GC gegen FCB. 4 zu 4 ist es ausgegangen, schon vor dem Spiel. Wir hatten gleich viele Punkte und die gleiche Tordifferenz. Jetzt ist es unentschieden. Unglaublich, wie hart umgekämpft es war. Sehr hart umgekämpft. Wir wollten das Spiel entscheiden. Wir wollten unser Spiel aufbauen. Wir wollten den Gegner in unserem Rhythmus mitmachen lassen. Es ist ein Teil gelungen. Nur vorne hat es gehappert an den Abschlüssen, respektive an den Goals, die uns gefällt haben. Du warst länger verletzt. Heute hatte man das Gefühl, man sieht nichts mehr davon. Du bist viel zum Abschluss gekommen. Gute Schüsse. Zwei Goale. Auch noch ein eigenes Goal, welches auf deine Kappe geht, die du vorbereitet hattest. Zwei Lattenschüsse. Also fühlst du dich wieder voll im Strumpf. Es sieht vielleicht so aus, aber ich bin noch nicht so ganz auf dem Level, wo ich war. Ich hoffe auch aufgrund von meinem Alter, dass ich schon auf dieses Level komme. Ich kämpfe hart. Ich habe viele gute Mitspiele. Meine ganze Mannschaft unterstützt mich auch. Sie wissen alle, dass ich hier längere Zeit verletzt war. Sie unterstützen mich alle. Ich bin super froh, dass ich mit solchen Leuten zusammenschaffe, die uns gegenseitig unterstützen. Ich denke, das kommt gut. Es war das allererste Duell zwischen den beiden Traditionsklubs GC gegen FCB im Beachsoccer. Hat man davon etwas gespürt? Was war das speziell? Nein. Auf dem Platz geht es natürlich ab. Aber neben dem Spiel sind wir die Kollegen. Wir geben uns die Hand und so. Das eskaliert eigentlich nicht. Es ist nicht so traditionell, wie man es vom Fussball auf dem Rasen kennt. Zum Abschluss noch ein Tipp für das EM-Finale morgen. Und Italien gegen Spanien. Wer denkst du, Günd? Ja, ganz klar. Ich werde natürlich beeinflusst und meine Freundin, die Italien-Fan ist. Ich denke 2-0 Italien.